Es begab sich zu einer Zeit, in der die Welt drohte auseinanderzubrechen. Kämpfe wurden ausgetragen, Schicksale wurden erfüllt. Die Hoffnung auf ein friedvolles Leben teilten nicht viele, aber diejenigen, die es taten, setzten alles daran, den Fluch, der über Lorgrin lag, zu brechen. Doch es gab einen, den das Schicksal nicht interessierte, das genaue Gegenteil sogar. Sein Name war Arnbjörn, Bezwinger des Meds, Sohn von Arnstein. Arnbjörn kam wie so manch anderer aus dem westlichen Asyl der Untoten. Er schlug sein Lager direkt am Feuerbandschrein auf. Dort verbrachte er seine Zeit damit, Med zu trinken und sich mit den wenigen anderen Menschen zu unterhalten. Das irdische Fkistab benebelte seinen Verstand und hindere ihn jeglichen Fortschrittes. Murmelten viele hinter seinem Rücken. Es war ein Tag wie jeder andere auch. Arnbjörn trank wie immer seinen Becher Med. Plötzlich kamen zwei Wanderer aus der Untotenstadt. Sie unterhielten sich über das Schicksal der Untoten. Arnbjörn war für seine blasphemische Ader bekannt, ebenso für seine Skepsis. Leicht angetrunken sprach er zum mutlosen Krieger. Wie kann man etwas fürchten, was nicht vorhanden ist? Geschweige denn daran glauben. Ich verstehe diesen Wahnsinn nicht und diese Fürsten, die sich angeblich für Götter halten. Gwyn, höchst selbst, kann an meinem leibhaftigen Arsch lecken. Ebenso wie die Propheten und ihr Geschwafel vom Schicksal. Wenn mich noch einmal jemand auffordert, mein Schicksal anzuerkennen, stürzt sich Lordran in eine zweite Dunkelheit. Arnbjörn redete sich so heftig in Rage, dass die Götter selbst es hörten. Sie waren von seiner Ignoranz so außer sich, dass sie einen Plan schmiedeten. Einen Plan, der das Schicksal von Arnbjörn auf die Probe stellen würde. Nachdem Arnbjörn den letzten Becher Med leerte, legte er sich schlafen. Nach einiger Zeit merkte er einen kalten Hauch, der ihm über den Nacken zog. Er öffnete die Augen. Er fand sich in einem Sarg wieder. Dieser befand sich in einer riesigen Gruft. Als Arnbjörn seine Situation realisierte, war es schon zu spät. Etwas näherte sich schnell. Ein lautes, lauerndes Etwas. Es hörte sich an, als würde man einen Felsbrocken über einen anderen schleifen. Arnbjörn wollte gerade aus dem Sarg steigen, als es schon zu spät war. Plötzlich schloss sich der Sargdeckel. Arnbjörn erwachte und war immer noch in dem Sarg. Allerdings nicht mehr in den Katakomben, stattdessen in einer Höhle. Er durchstreifte die Höhle, bis er an einen riesigen Sarg ankam. In diesem befand sich eine große, unerklärliche Kreatur. Sie war mit Knochen und einem schattenartigen Gewebe bestückt. Ich bin die Toten. Der erste der Toten. Mein Beileid. Dies ist das, was euch die Toten erführte. Euer Mangel der Respekt gegenüber anderen. Kann es anderen nicht egal sein, was ich von ihnen halte? Ebenso wie ihr jetzt, bin auch ich ziemlich angefressen. Denn es passiert nicht alle Tage, dass ich mitten im Schlaf entführt werde. Ich gedenke, zurück zum Feuerbahnschein zu gehen. Ihr tätet gut daran, mir den Weg aus eurem Etablissement zu zeigen. Es sei denn, ihr wollt nicht länger untot bleiben. Dies war zu viel des Guten. Nito schoss aus seinem Sarg genau auf Arnbjörn zu. Dieser wich aus und es entbrannte ein Kampf zwischen ihnen. Arnbjörn ist zwar ein Mann der großen Worte und so könnte man glauben, dass er ein Schwätzer sei. Allerdings zerstörte er dieses Gerücht sehr schnell. Nachdem Arnbjörn Nito besiegte, kletterte er aus der Höhle. Er kämpfte sich den Weg durch die Katakomben bis hinauf zum Feuerbahnschrein. Nun war Arnbjörns Schicksal klar. Er war der Auserwählte. Er... Hey! Ja, euch meine ich. Hört mit diesem Geschwafel auf, sonst seid ihr der Nächste. Aber ihr habt bereits die Seele des Grabes, Fürsten. Nun müsst ihr die Prophezeiung vervollständigen. Ich habe besseres zu tun, als mich mit irgendwelchen Prophezeiungen und Göttern herumzuschlagen. Nun, da ich den untoten Fürst in den Orkus geschickt habe, werden die anderen Götter mich in Ruhe lassen, da sie wissen, dass Arnbjörn höchstselbst dem Tode trotzte. Nun, wie mir scheint, wird Arnbjörn nicht länger als der Bezwinger des Meds bekannt sein, sondern als Arnbjörn, Bezwinger des Todes. Doch noch immer ist Arnbjörns Schicksal ungewiss. Wir können nur mutmaßen, wie diese Geschichte verlaufen wird. So, jetzt reicht's mir. Arnbjörn Arnbjörn